Hallo meine lieben Zuschauer, da bin ich wieder und ich habe jetzt den Typen endlich gefunden, beziehungsweise das war mal eine eigene Doofheit. Und zwar komplett. Orden, wenn man hier ist, wenn man hier raufklickt, muss man hier unten einfach nur markieren. Und dann ist er in der Welt jetzt zu sehen. Da ist er, ach, eigentlich bin ich so doof. So, wie viele Pfeil habe ich noch? Drei. Okay, jetzt ist die große Frage. Kann ich ihn, muss ich ihn platt machen? Oder kann ich auch mit ihm reden? Na, das ist jetzt die große Frage. Kann ich mit ihm reden? Muss ich ihn platt machen? Oh, ich muss ihn platt machen. Okay, gut. Ich habe ein Boot gebaut, um meine Familie in Sicherheit zu bringen. Und was ist mit den Weißen, die du zurückgelassen hast? Bekommt die ein Boot? Diese Bande von Bastarden? Sie sind die Letzten, die noch über Englerland herrschen. Wir stammten aus dem Königreich Witcher. Jetzt werden wir von missionierten Versagern regiert. So, gut. So, jetzt habe ich ja gleich wieder mal ein bisschen was hier gefunden. So, das bla bla bla, das ist ja statt in Lancashire. Gut, da haben wir den, was haben wir denn jetzt hier noch? So, die Kette der Flusswacht am Ember. So, da haben wir jetzt hier alles so ein Neues, so Schönes bekommen. Da wollen wir noch mal hier eine Kette. Oha, hier ist eine Menge. So, warte mal, was können wir denn jetzt hier noch? Hier ist auch jetzt nichts Neues mehr. Egal. So, warte mal, aber wie kann ich denn jetzt mal mit der... Mal mit mal, ähm... Äh, mit der Hauptsache rüber weiterfahren. Da muss ich erst Asgard hier abschließen. Denn da hier ist man mit Asgard mit gar keinem Bock drauf. Ich finde alle Kodex-Seiten, also... Hm, keine Ahnung mehr. Gut, jetzt habe ich hier... Den habe ich jetzt gefunden. So, warte mal, aber in den Jahren hier jetzt einfach mal... Ach nee, da war ich ja schon. Da ist irgendwie Stufe 200 und... Und schießt mich tot hier. Das ist das hier, da habe ich 220. Nee, das kannst du knicken. Das ist ja auch 220. Aber warum, das ist doch... Ah ja, doch hier, Kloster... Blablabla... Ähm... So, warte mal, aber jetzt will ich mal den Orden hier mal weiter angucken. Okay, wo haben wir denn jetzt... Ach Gott, äh... Diebesnässe, da kam ich noch nicht ran. Äh... Garst zum Gehöh... In der Stadt... In der Stadt... Linkkohlen oder so ähnlich... So, aber wo ist jetzt die Stadt? Linkkohlen, wo ist sie? Warte mal, da muss ich noch mehr hinweisen, die... So, in... In Longcestershire, gut... In Longcestershire, Linkkohlen... So, Longcestershire, wo haben wir... Ist überhaupt Longcestershire, wo ist das jetzt überhaupt? Wo ist Longcestershire? Ich habe da... Überhaupt gar keine Peilung hier. Longcestershire, so, und jetzt muss ich noch die Stadt hier finden. Wo ist jetzt diese komische Stadt, die da jetzt... Oh Mann, das kann ja nicht so... Und diese Stadt hier zu finden, in Longcestershire... Kein Fortlager... Teste von... Tammelwerf... Diese komische Stadt... Warte mal, reisen wir jetzt erst einmal... Oh... Das ist ja meine Heimat! Ach Leute, das... hier 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 war hier mal wieder hier ist die stadt gut dann ja so leute im schlaf abmurchteln ist auch nicht gerade die feinde englische art aber auf der anderen seite obwohl die städte 160 das geführt ist gar nicht das geführt mir jetzt überhaupt nicht gar nicht okay gut dann gucken uns den einfach mal an untersuche kette der flusswacht am ember in südstachse oder so ähnlich es ist ja auch wieder was das ist schon wieder Der Süd, das müsste du doch eigentlich, wenn hier West ist, dann müsse doch Süd auch hier ein Wunderegge sein, oder? Oder, völlig verpeilt in dem Game hier, völlig verpeilt, das ist echt. Oh, das ist doch unglaublich, ne? Untersuche die Kette der Flusswacht am Ember in Süd-Süd-Dingswurms-Geschichte. Ja, am Ember, 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 Ember. Das finde ich nicht, ob wir den Fluss hier oder was? So, das ist der Dingswurms, Ember. Lassen Sie. Lassen Sie. Brand, Nene, Alna. Große Use. Ach Gott, Leute. Also, mit diesem ganzen Namen hier, da komme ich überhaupt nicht mehr klar. In Odyssey überhaupt gar kein Problem, da habe ich mich sofort zurechtgefunden, aber hier... Da bin ich irgendwie komplett durch. Komplett. Komplett. Da bin ich irgendwie völlig... Da bin ich irgendwie völlig... Oh, nee, also... Das wird ja doch nichts mehr. Nee, das wird ja nichts mehr, Leute. Oder suche die Kette der Flusswacht am Ember. Ja, ich lasse mal finden nördlich von Port... Warum kann man da jetzt nicht so machen, dass man da jetzt einfach raufklicken kann und dann ist man da. Da sieht man das aber. Portcaster, oder sehe ich nicht? Wo ist Portcaster? Wo ist Sutherland? Und all so ein Kram, ey. Also, Leute. Haben wir hier kein Google Maps, oder was? Das ist ja unglaublich, Emme. Ich bin einfach nur zu blöd, oder das ist das Problem? Nee, also, Leute, das wird hier nichts mehr. Auch überhaupt diese Stadt, da ist was zu finden. Vielleicht bin ich da schon fünfmal mal vorbeigescrollt. Oder so ähnlich. Seefuhrelle klein. Oder so ähnlich. Nein, hier oben ist das nicht. Ja, ich bin jetzt zwar hier, aber... Das gibt es doch nicht. Nein, 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 nein. finde ich nicht aha gut das habe ich jetzt schon mal gefunden alles klar gut dieses dingsbums geschichte die haben wir schon mal gefunden ist ja schon mal gut aber wo ist jetzt die aha hier habe ich auch der amber 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 tense der wasserturm der bühne hier im gamber terrier ja wieder vor kasten thinks uns geschichte und kosten in heiligen irgendetwas so dann machen wir jetzt mal eine schnellreise ach leute so so wie heißt es noch mal diese anliegestelle flusswacht und so wie die kette der flusswacht am ember nördlich von portingsbundes muss ich erst einmal die stadt da finden port irgendetwas lunden das ist es nicht es ist auch nicht es ist ja auch nicht naja hier nördlich von portküster irgendwo dass er so vorposten anliegestelle embert hier muss ich jetzt also letztendlich hin da muss ich wahrscheinlich mit das oder dass sie untersuchen gut 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 das ist mir hier aber eine markierung da würde ich jetzt gar nicht hin ouch ja wir haben hier so daten auf und das ist jetzt eigentlich ein gebiet wo ich ziemlich 160er ist es 160er kette der flusswacht ja gut aber kette der flusswacht das hier jetzt auf f f f ich weiß es auch ganz ehrlich gesagt gar nicht nicht mal die haupt story weiter ich war ja ziemlich lang aus dem spiel raus weiß ich jetzt nicht wie es mit der haupt story weiter geht und los nun spring doch so lieb der gaul dann jetzt nicht endlich eine mutter ist mit onkel nach egal das sieht man jetzt erst mal nicht gott nördlich vielleicht das hier so wie was anderes andere stelle kette der fluss wacht am ember nördlich klar aber ich finde hier keine kette der fluss wacht ich finde hier keine kette der fluss wacht kann höchstens vielleicht das hier sein dann gehen wir jetzt mal dahin okay Hey, Mithy! So, wollen wir mal gucken So, weiter mal ganz kurz Ja, gut Das sieht ja schon mal aus wie eine Kette Das könnte es hier sein Ja, aber 160 Da komme ich ja noch nicht gegen an Aber man kann ja jetzt trotzdem mal kurz hier rüber gehen auf die andere Seite Mal herauszufinden das Fragezeichen hier Was Was das jetzt letztendlich ist Okay, bevor ich das Mit dem Knüchter spreche Das ist mich der Typ da vorne Nämlich mein Du Willst du erfahren Wie die Lage vor Ort ist Meine Preise sind sehr gerecht In Ordnung Äh... Bösen Ausluss und Bauern Artefakte Rätsel Zeig mir mal deine Karte Da An diesem Ort Karte aktualisiert Karte aktualisiert Aber wer dieses Äh... Wo ich jetzt Hin muss Gut Gut, 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 gut So, jetzt beende ich hier erstmal den Part Ich werde jetzt gleich erstmal gucken Äh... Ich werde jetzt in der Part Ich bedanke mich fürs Zuschauen Wenn es gefallen hat Däumchen, Abo Und seit das nächste Mal wieder dabei Bye, bye